Meine lieben Horror-Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What per Tore. Ich begrüße euch ganz wunderbar herzlich zurück auf meinem Kanal und freue mich natürlich, dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Wir verbrennen gemeinsam unsere Gehirnzellen. Ich freue mich, dass ich das alleine nicht durchstehen muss, sondern das mit euch teilen kann. So wie immer. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein pathologisches Problem ist oder so, was wir haben, aber ist ja auch irgendwie egal. Denn we're all in this together. Wir lesen heute weiter in unserer Ardi oder Tull oder auf jeden Fall YouTuber Fail Fiction. Es ging irgendwie in der letzten Zeit um Ardi, deswegen ist es wahrscheinlich eine Ardi Fail Fiction. Diese Fail Fiction hat uns nun mit unserem Main-Character Lee nach Los Angeles oder so zusammen mit Tull und Ardi verschlagen. Und dort sind dann Lee und Ardi zusammen nachts rausgegangen. Wohin, weiß ich nicht mehr. Aber ja, wir schauen auf jeden Fall mal weiter rein und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß haben werden, so wie immer. Das ist ja eigentlich sowieso immer der Fall, deswegen egal. Wir befinden uns nämlich jetzt schon in Kapitel 13, POV Lee. Als wir aufgestanden sind, laufen wir los, zurück ins Hotel. Aber nach der Hälfte des Weges können meine Beine nicht mehr, weswegen ich Anlauf nehme und auf Ardys Rücken springen. Lee, was soll das werden? fragt er lachend. Wonach sieht's denn aus? Und jetzt los, Arts, los! Schreie ich und strecke eine Hand nach vorne. Er lacht und läuft weiter. Ihre Beine können jetzt leider nicht mehr, deswegen muss sie jetzt auf Ardys Rücken springen, weil das die einzig logische Sache ist, die man noch tun kann, wenn die Beine den Dienst versagen. Okay, ich tue meinen Kopf auf seinen und halte aus Spaß seine Augen zu und fange an zu lachen. Das ist eine sehr gute Idee, das zu tun, wenn man darauf steht, Unfälle zu bauen und von jemandem das Rücken zu fallen. Finde ich gut, ja. No risk, no fun und so. Lee, ich sehe nix. Quengelt er, während er einfach weiger geradeaus läuft. Aber als ich die Straße sehe, dur gut befahren ist, nehme ich meine Hände wieder weg. Na Mensch, sie hat so schnell geschaltet, dass sie bei einer vielbefahrene Straße vielleicht niemanden die Augen zuhalten sollte, der sie gerade herumträgt. Lee, sowas müssen wir öfters machen. Ja, und das nächste Mal tanzen wir besoffen in Unterwäsche in einen Vorgarden in den Wasserdingern zur Musik. Lache ich, das stelle ich mir so geil vor. Ist sie nicht irgendwie 16 oder so? Sollten wir über Besoffenen in Unterwäsche tanzen, reden? Sollten wir das tun? Ich denke nicht. Deswegen tun wir das nicht, würde ich sagen. Wir sind kollektiv der Meinung, dass wir das jetzt nicht tun. Ist das auch so das Einzige, was sie sich vorstellt, was so Spaß macht? Wenn das das Einzige ist, was sie sich vorstellt, was so Spaß macht, dann würde ich mir... Sorgen machen? Genau. Alter, was läuft in deinen Kopf ab, lacht er. Lass mich doch, das wollte ich schon lange machen. Ist das wirklich? Ist es gerade so dein Dream? Ist es gerade so das Einzige, was man sich so... Guck mal, jeder hat doch irgendwas, wo man so sagt, ey, das wollte ich schon immer mal machen, das will ich schon lange machen. Und das sind meistens dann so, ich will schon mal, ich will irgendwie mal in dieses Land reisen oder ich will irgendwie mal den und den treffen oder so. Und das Einzige, was Lee sich jetzt vorstellen kann oder was Lee jetzt schon immer mal machen wollte oder schon lange machen wollte, ist besoffenen Unterwäsche tanzen. Sollen wir uns Sorgen machen? Schmolle ich gespielt und schiebe meine Unterlippe vor und mache gespielte Schniefgeräusche. Ardy guckt über seine Schulter und lacht dann, wo ich mir einstimme. Also ich weiß ja nicht, dieses interessante Content gerade irgendwie, ganz weirde Vibes auf jeden Fall. Die ist doch, ist die 16 oder nicht? Ich dachte so, die ist so 16, ach nee, sie ist ja 17 geworden. Sie ist einfach 17. Ich kenne ja jetzt, ne, also ich kenne sie ja jetzt nicht so, ich kenne ja euch auch nicht, aber ich kenne mich. Und mit 17 habe ich jetzt nicht mehr meine Unterlippe nach vorne geschoben und Schniefgeräusche gemacht. Also so, ist das nicht so eine Strategie, die irgendwie so, die man so als Zwölfjährige fährt? Ardy. Als wir fünf Min nur noch vor uns hatten und ich Lee gerade runterlassen wollte, sah ich über meine Schulter und sah, dass sie schläft. Also muss ich sie weitertragen. Ja, dann muss ich sie jetzt wohl weitertragen. Ich kann sie nicht einfach aufwecken und zu ihr sagen, Lee, du bist 17, du kannst den Weg allein laufen. Vor Lees Zimmer habe ich die Karte nach den elf Versuch ein ihrer Jackentasche bekommen und mache jetzt die auf. Und lege Lee auf ihr Bett und als ich gerade wieder aufstehen wollte, klarmerrt sie sich an mich, aber sie schläft. Das ist auch immer was, das passiert jedes einzelne Mal, wirklich jedes Mal, wenn die so, sie schläft so und er legt sie so ins Bett und dann will er so gehen und sie hält sich so an ihm fest oder so. Ist das ein Ding, was passiert? Ich habe mich noch nie an jemanden festgehalten, während ich so schlafen gehen wollte. Also hä, ich schlafe ja, dann schlafe ich, dann halte ich mich nicht mehr fest so an irgendjemandem. Also lege ich mich neben sie, aber Ardy, nur ein paar Min. Und schon bin ich eingeschlafen. Natürlich. Und dann ist auch die einzige Reaktion der Dudes, ist auch immer, sich direkt dazuzulegen, anstatt einfach so zu sagen, nee, guck mal, ich nehme ganz vorsichtig deine Hand von meinem Arm und gehe dann. Nein, ich muss mich dann dazulegen, weil jemand, der im Schlaf klammert, ist unfassbar stark und das ist einfach keine andere Wahl mehr. Tja, meine Freunde, das war jetzt dieses Kapitel, war ein sehr kurzes Kapitel. Ich kann euch auch verkünden, dass dieses Kapitel das letzte Kapitel dieser Story war. Ich habe allerdings natürlich, ihr kennt mich schon, für Ersatz gesorgt, nämlich für Ersatz mit einem recht ähnlichen Titel. Ich würde nämlich gerne mit euch jetzt in eine neue Story starten, die wahrscheinlich auch irgendwie mit Ardy zu tun hat, sah zumindest in den Hashtags so aus. Und wie die jetzige Story heißt, diese Story ganz ähnlich wie mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Wir sehen also, Bandbreite an kreativen Namen und Überschriften ist auf jeden Fall gegeben. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was uns alles so erwarten soll. Vielleicht ist es wieder YouTuber-Failfiction, ich nehme es mal an, da wir Ardy und, wer ist da noch, Marley und Tuddle ist wieder mit drin. Also die Originalbesetzung, es ist quasi, als würden wir gar nicht erst die unbekannten Gefilde verlassen. Also die zumindest für mich etwas unbekannteren Gefilde. Lesen wir jetzt einfach mal den Klappentext, um mal zu schauen, worum es so geht. Hi, ich bin Juna, 13 Jahre alt und wohne mit meinen zwei Papas Mick und Kostas zusammen. Einmal wollte ich auf meine Lieblingsstelle in Wald. Was dann passierte, hat mein Leben auf den Kopf stellt. Dann kommt ein Absatz. Ich möchte nicht zu viel verraten, lest sie einfach, wenn ihr wissen wollt, was passiert. Können wir irgendwie mal das abschaffen, dass wir so schreiben, ja, nee, ihr müsst das schon selber lesen, wenn ihr wissen wollt, was passiert. Ja, nee, echt. Krass. Das ist ja quasi, als würde der Rest der Story im Buch stehen. Also, wisst ihr, das ist einfach so, warum schreibt man das denn in den Klappentext? Warum schreibt man, ja, wenn ihr das lesen, also wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann müsst ihr die Story lesen. Ja, no shit. Hä? In den Klappentext schreiben, ja, wenn ihr wissen wollt, worum es in diesem Buch geht, dann müsst ihr das Buch lesen. Das ist so, also, ja, klar müssen wir das tun. Macht irgendwie Sinn. Aber gut, ja, wir halten uns da natürlich dran und lesen natürlich, um mal rauszufinden, worum es geht. Wir haben im ersten Kapitel, Hashtag eins, dieses Bild in der Kopfzeile. Dieses Bild zeigt höchstwahrscheinlich YouTuber, die ich persönlich jetzt nicht, kenn ich die? Kontext gegeben, würde ich raten, dass es sich hierbei um Taddle und Ardy handelt. Vielleicht auch nicht, also an alle Taddle und Ardy Fans, tut mir sehr leid, falls ich die jetzt hier gerade verwechsel, aber, falls es wirklich Taddle und Ardy sind, könnte ich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wer wer ist. Der links sieht aus wie so ein Taddle oder nicht? So mit diesem Cut in der Augenbraue oder ist es der Filter? Ja, der links sieht aus wie Taddle. Aber vielleicht ist es auch andersrum, man weiß es nicht. Also man weiß es wahrscheinlich schon, nur ich weiß es jetzt gerade nicht. Hi, ich bin Juna, bin 13 Jahre alt, ich wurde adoptiert mit drei Jahren, meine Hobbys sind Malen und Longboarden, durch meine Papas kann ich auch animieren, was voll cool ist. Aber was nicht cool ist, wenn man in der Schule die ganze Zeit angesprochen wird, weil man YouTuber kennt und zwei davon meine Eltern und man nur deswegen mit mir befreundet oder zusammen sein will, aber mal damit zur Seite. Klar, man kennt das, mit 13 Jahren, jeder will mit dir zusammen sein, in der Schule kennt man, auf jeden Fall. Ich habe langes, schwarzes Haar, himmelblaue Augen und bin 1,55 groß, Ende. Ja, Ende, würde ich sagen. Ja, ich denke, damit haben wir uns auf jeden Fall ein gutes Intro für die nächste Story schon mal bereitet. Ich würde sagen, wir lesen diese Story dann also im nächsten Video, wenn es wieder um Ardy und Taddle und Co. geht. Wie heißt unser Manker? Juna, genau, wenn es also um Juna, Ardy, Taddle und Co. und irgendwas anderes geht, was wir ja dann noch lesen müssen in dem Buch. Und ich würde jetzt erst mal sagen, ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und ich hoffe auch, dass ihr euch freut, dass wir eine neue Story anfangen. Und denkt natürlich immer dran, dankne Uden, ne Kommentar, frü, ne, Algorithmsur, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen. Und was soll ich sagen, wenn Jesus das sagt, dann kann es ja nur eine gute Idee sein. Also lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Der Algorithmus hat mich zurzeit nicht so gern, deswegen wäre echt super cool, wenn ihr ein bisschen interagiert. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und lasst auch ein Abo da und schaut auch gerne mal bei allen Social Media Accounts rein. Das würde mich immer sehr freuen. Schickt mir eure gefundenen Kackgeschichten, hört auch mal beim Podcast rein und, äh, ja. Schönen Tag. Wir hören und sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, LGME. Wir hören und sehen uns nächstes Mal.